Untertitelung des ZDF, 2020 Mrs. Lewis, Sie haben sicher das Päckchen gefunden, das ich vor Ihre Tür legte. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Wenn Sie den Knopf drücken, werden daraufhin zwei Dinge geschehen. Erstens, ein Mensch irgendwo auf der Welt, jemand, den Sie nicht kennen, wird sterben. Zweitens, Sie erhalten den Geldbetrag von einer Million Dollar. Sie haben 24 Stunden. Bist du schon dazu gekommen, das Nummernschild zu überprüfen? Wie ich höre, hat Ihr Mann die Polizei wegen meines Wagens kontaktiert. Ich habe eine Menge Mitarbeiter. Sehen Sie aus dem Fenster? Hat jemand bei Ihnen die Knöpfe gedrückt? Was sollen wir jetzt tun? Alles, was wir tun, hat Konsequenzen. Er stellt Sie auf die Probe. Ich musste mich entscheiden zwischen meiner geliebten Frau und meiner Tochter. Sie haben uns also in der Hand. Haben Sie sie getötet? Was sollen wir tun, Nummern? Was sollen wir tun, Nummern? Was soll ich gehen? Was soll ich clean? Wahnsinn! Vielen Dank.